War es denn in deinem Leben ein Vorteil oder ein Nachteil, eine Frau zu sein, in deinem Berufsweg, in deinem Lebensweg? Keine Ahnung. Ich sage grundsätzlich, es gibt einfach noch massive Themen, die Frauen im Job haben. Frauen in Führungspositionen, das ist so. Ich weiß selbst, es hat auch eine Weile gedauert, bis sich mein Haus, Gruner und Jahr, an eine weibliche Chefin gewöhnt hat. Das ist auch was Normales. Ich habe eine andere Sprache. Ich sehe ganz anders aus. Ich habe eine andere Physis. Das dauert, bis man sich da aneinander gewöhnt. Und das sind so viele Themen. Aber insgesamt, ich habe grundsätzlich nicht fundamental zu leiden gehabt. Ich persönlich. Das ist aber an anderen Stellen und bei anderen Frauen anders. Kann es sein. Machst du etwas, damit die Arbeitszeiten zum Beispiel familienfreundlicher sind bei Gruner und Jahr? Kannst du sagen, um sechs sollten alle mal nach Hause gehen oder sowas? Also wir waren schon immer, würde ich sagen, ein Haus, das verhältnismäßig modern gelebt und gearbeitet hat. Und natürlich ist das, wenn du eine Frau an der Spitze hast, fühle ich mich auch verantwortlich dafür, dass wir ein Umfeld haben, in dem Menschen gut arbeiten können und auch die Dinge, also sowohl sehr gut Leistung erbringen können, deshalb arbeiten wir zusammen, aber das natürlich auch irgendwie hinbekommen, gleichzeitig ein zufriedenes Leben haben zu können. Und dazu gehört auch eine Vereinbarkeit, vernünftige Arbeitszeiten etc. Und wir geben, wenn ich heute mal gucke, glaube ich, dass wir gerade, was Teilzeitlösungen angeht, wahrscheinlich jede Lösung der Welt bei uns im Haus haben. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ich glaube, es ist richtig, dass wir das haben. Aber natürlich auch hier und da mit Schwierigkeiten, wenn du versuchst, deine Teams zu einer gewissen Uhrzeit immer wieder zusammenzukommen. Das will ich auch nicht negieren. Aber insgesamt haben wir da wirklich viele Möglichkeiten. Kita sowieso schon immer. Und wir versuchen auch, keine absurden Meetingzeiten irgendwie am späten Abend zu haben oder späten Nachmittag zu haben. Merkst du denn, dass die junge Generation... Wir bieten natürlich Homeoffice an, das ist auch klar. Und nicht, um Menschen aus dem Büro herauszutragen, aber weil wir schon glauben, dass es denen einfach zu einem modernen Arbeiten dazugehört. Spürst du denn, dass die junge Generation, die jetzt anfängt, die vielleicht mit Ende 20 bei euch einsteigt, dass die anders sind, als es vor 20 Jahren war, als du eingestiegen bist bei Gruner und Jahr, dass die andere Ansprüche haben? Sie sind einfach anders. Das ist sicherlich so. Also als ich bei Gruner und Jahr angefangen habe, da war ich stolz darauf, wirklich jeden Abend bis 10 Uhr da zu sitzen. Das war irgendwie Teil oder Financial Times Deutschland. Das haben wir alle irgendwie, saßen da bis Ultimo. Und das fanden wir auch irgendwie, also jedenfalls viele von uns, gut. Das hat sich, glaube ich, wirklich verändert. Und wir merken auch, wenn wir Partys am Abend machen wollen, oder mal machen, das war früher schon anders. Heute gehen auch junge Männer und junge Frauen, sagen, sie wollen nach Hause und wollen vielleicht doch mal Sport machen oder so. Da hat sich einfach die Welt verändert. Klar, und junge Leute sind natürlich total anders. Es ist denen wirklich wichtig, dass die schnell ohne zu viele Hierarchien ins Arbeiten kommen, Verantwortung übernehmen können. Gut, das war schon immer so. Aber auch anders, in Büros sitzen, nicht in Einzelbüros sitzen, dass sie irgendwie, wie soll ich sagen, eine gewisse Lässigkeit im Unternehmen spüren. Und das ist schon wichtig. Ein Teil davon ist, dass ihr euch kreuz und quer duzt. Und das hättest du wahrscheinlich vor 20 Jahren mit Gerd Schulte-Hillen zum Beispiel nicht gemacht, dass du deinen Chef geduzt hättest, oder? Ja, wir duzen uns an vielen Stellen. Wir haben aber hier nicht so einen Dutz-Ukass. Also mir ist das unangenehm, dass man sowas, wie soll ich sagen, Rollout die Menschheit weitergibt. Ich finde wirklich, es gibt Menschen, die siezen gerne. Und das ist auch was durchaus Angenehmes, weil es eine Form von Respekt ausstrahlt. Ich persönlich habe irgendwann gemerkt, es ist so ein Kuddelmuddel. Ich bin Julia und das, finde ich, funktioniert ganz gut. Aber der eine oder andere nennt mich Frau Jäckel. Das ist auch gut. Ich bin Julia und ich bin Julia und ich bin Julia.